Hallöchen Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Docarina of Time Master Quest. Ja, ich bin's diesmal voll ausgesagt und das ist Teil 87. Also, weiter geht's. Machen wir jetzt den Endpost. So, das heißt, der Feuertipp ist auch bald Geschichte. So. Was ist das? Klingt guck zu komisch. Was ist das im Erdbeet? Oh nein, ich bin das vom Zweck, nein, ich bin auch wieder auf. Ich war halt mit den Kronenhauten geschnürt. Und das ist voll heiß hier. Und das ist voll Vagia. Subterraner Lava Drache. Strache vegetarischer Weinkau. Heiße Sachen, mein Gott. So, okay. Was jetzt machen müsstest du immer? Ja. Ich schippe dieser Junge so hoch. Jo. Oh. Heiß. 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 Ja, jo. Jetzt auch noch mal so heiß. Oh. Ich bin's. Ja, jo. Ich bin's. Ja, jo. Ich bin's. Mach der Fack, jo. Mach der Fack. Sek嗎? Jetzt kommt der Sprungattacke drauf. Das ist am wichtigsten. Mann, das ist einfach ein geißer Kerl. Warte, wieder Beben. Jaja. Du müsst ja aufpassen, wenn wir einfach im Kreis rauen. Oh, hab ich schon erstmal den letzten Stein erlischt in meiner letzten großen Spiel gespielt haben. Ist nämlich nie erwischt mit dem Scheiß. Aber um zu offen. So. So. Oh, hab ich vier hatten aber zu Hause. Oh, 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 oh mein Gott. Oh, mach du schreck. Ich bin nicht so klein. Oh, und da bringt mich. Mach du schreck, yo. So. Uh. Nicht abschmieren immer laut. Wenn du jetzt abschmierst, nicht. Das ist Knall. Oh. 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 Das ist der wirklich Stein. Ja, er macht wirklich Stein. Blüht. Oh. Oh. Ah jo. Wann? Wie ist das? Heiß... 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 Heißer? Wann ich sehe da nichts? Nein, nein... Oh nein... Ach du Schreck... Ach du Schreck... Boah, meine Fresse... Es gibt es doch gar nicht... Mega Scheiß... Irgendwie ist es viel zu langsam... Ah, mein Gott... Dieser Scheißhammer... Warum muss ich den mit 2 hin? Für 5... Autsch... Ey, der Kampf ist total easy normalerweise... Oh Gott... Boah, mit einem Herzen... Ja, ja, ich weiß... Isabella wird sich jetzt den Mund zerreißen... Bö, das ist doch voll einfach... Ich hab kein Herz von mir bei dir... Ja, ich bin normalerweise auch kein Herz von mir bei dir... Aber irgendwie... War jetzt gerade der Vorführeffekt... Also Scheiße... Das war's, ne? Ich muss mal sagen... Weil der jetzt das Wasser schwebt... Wo ist das Herzteil? Das Herzbote... So... So... Bevor das ganze Gelaber beginnt... Und ich da sonst schneiden muss... Ach, der nächste... Dann einfach mal einen Cut... Und... Wir sehen uns gleich wieder... Okay? Also... Bis gleich Leute... Tschüss...